Richtig, gerade in der Kunst, in dieser Angry Young Man zu sein, oder in Wungen. Aber, bin ich überhaupt noch jung? Und bin ja, lange. Mit 20 kann man vielleicht mit Englisch scheißen haben. Auf die Bühne scheißen, oder wir den nächsten Ruhm haben. Aber mit 30, 40, da muss man doch im Leben stehen. Karriere gemacht haben, oder zumindest... Nicht? Ja, ja. Auf und auf und auf. Ja. Manche spielen, um direkt etwas zu qualifizieren oder um irgendwie weiter zu kommen, aber bei mir hat sich eigentlich nichts geändert. Ich sitze immer noch jeden Tag zu Hause, scrolle mich durch Blogs, schaue mir irgendwelche Pornos an, spiele irgendwelche sinnlosen Spiele oder gucke mir vor allen Dingen ein YouTube-Video nach dem nächsten an, zum Beispiel. Das nächste Lied, das wir für euch spielen wollen, stammt aus der Jahre 1999 und handelt vom Tod. Und du hast mir eben selten seine Gedanken. Ja, ähm, ja, schöner, was ich finde. Ich hab ja mal ein bisschen, zum Beispiel bei meiner Band da an Dirk gemeint, weil ich finde das sehr, sehr schön, wenn man etwas noch älter wird. Und ich bin da eigentlich so begeistert, wenn ich da nicht. Ich find's schon, also ich neige schon jetzt so mehr Alkoholie und Nostalgie, auch wenn die Zeit damals war, noch ein wenig schöner, als wenn ich jung war. Also, wenn ich mir meine Internationen wollte, sonst sind 30 Stunden. Klar, Facial wäre ein bisschen krank komisch. Ich ging weiter und wusste, was ich tun sollte. Nach all den Jahren wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte. Ich konnte mich doch nicht einfach anstecken. Ich war ja auch schon alt und er war's auch schon. Ich hab ihn noch einmal zu ihm umgedreht und er hat sich noch zu mir und er hat kurz gelächelt, so wie er früher gelächelt hat. Aber dann sind wir beide weitergegangen. Aber warum denn, Oma? Worauf habt ihr euch lang gesprochen? Michael? Ich weiß es nicht. Es war noch zu spät. Wir haben uns verpasst. Das Universum expandiertes Universum ist ein expandierendes. Der Raum breitet sich aus. Warum breitet sich der Raum aus? Kann ich nur sagen, das wissen wir nicht. Es hat zwar angefangen, aber wir können über den wirklichen Anfang des Universums überhaupt nichts sagen. Gar nichts. Was an dem Tag wurde gestern passiert. Das werden wir niemals wirklich wissen. Letztlich kommen wir alle tatsächlich aus dem Gesicht. Ich habe, als ich deine Biografie, deinen Lebenslauf, das, was so über dich zusammengetragen wurde, einen eigentlichen leicht traurigen Menschen erlebt. Einer, bei dem sich die kleine Traurigkeit durchs Leben zieht. Das ist auch keine kleine Traurigkeit. Das ist ein ausgewachsenes Problem. Das ich versucht habe, durch Humor zu kompensieren. Ich muss sagen, dass das mich weiterentwickelt. Ich bin eine ziemlich dunkle Person. Ich habe mir gedacht, dass es ein Millionen Mal endet. Und ich muss sagen, dass die Musik mich hier bleibt. Das ist die ganze Sache. Das ist das, was ich wünschte, dass ich die Musik gemacht habe. Aber ich habe einfach nicht da. Vielleicht ein Tag. Wenn ich abtrete, wenn ich gehen müsste, dann müsste ich das auch nur besser machen, weil ich dann will und sage, ich gehe, ich will das erforschen. Ich kann hier nicht einfach in die Augen zumachen, das war es, es geht nicht. Das ist mir eine Grundeigenart vom Denken falsch. Man kann hier nicht einfach nur abhauen und sagen, jetzt bin ich im Himmel angekommen oder sonst was. Ich bin glücklich und gehe noch ein paar mal zu gab. Das ist es. Es muss ein größer Gedanke doch in einem sein, der auch fragt, was ist aus dir geworden? Was hast du überhaupt gemacht hier? Wo sind deine Energien geblieben? Was hast du dir alles vorgestellt? Warum hast du da... Jetzt mach mal aus. Aber naja, es kann ja nicht ewig so gehen. Bald werde ich mir einen Job suchen müssen, aber ob man gar noch Zeit hat, Kunst zu machen... Manchmal lege ich abends nur stundenlang wach und übel über meine nicht fahrende Zukunft nach. Und ich stelle mir wieder meine Alkohr an. Wo komm ich her? Wo geh ich hin? Und wie viel Zeit? Werde ich nachher kommen? Wo werde ich wohl in 10, 20 Jahren sein? Wer wird sich an mich in 100 Jahren überhaupt noch erinnern? Werde ich jetzt überhaupt bis kurz zu schaffen? Ich hab irgendwo mal aus Scheiß auf so einer Webseite mein... Ich habe ja gar nicht mal aus der Stelle gelassen. Und da habe ich mich zwar eingetanzt über 2063. Also heute in 49 Jahren. Naja, das ist natürlich Quatsch, aber man kann das Ganze ja schon eingetanzen. 2060, 2080, 2090, aller spätestens 2090, bin ich tot. Und der Wahnsinn ist ja eigentlich, dass alle, die jetzt hier im Raum sind, dass man mit großer Sicherheit sagen kann, absolute Sicherheit, dass alle 2099 tot sein werden. Und der eigentliche Wahnsinn ist ja, dass dieses Schicksal früher oder später gegenseitig wird. Jeden, den man liebt, jeden, den man mag, jeden, den man irgendwo mal gesehen hat und von dem man irgendwo mal gehört hat. Harald Wesch, Nadine Erdbeerkäse, der, der das Foto gemacht hat. Naja, halt einfach jeder. Irgendwann geht die Batterie der Uhr leer und man weiß nie, wann und wie. So zum Beispiel bei Felix Menzales Tauberts, der 1996, dann an der jetzt gestorben ist. Und somit im übertragenen Sinne, nachdem Turo auf seinem Freund gestorben war, beide Omen zum Stillstand gekommen sind. Oder wie bei dem Sänger von Killer-Arten-Theorie, der sich 2007 das Leben genommen hat, den Fotos nachzuurteilen, wie alt wird er wohl gewesen sein, 22, 23, 24. Oder so wie bei Dave Snow, der eben keine Musik mehr gemacht hat, weil er nämlich 2009 an einem unmittelten Stroben gestorben ist. Oder Christoph Stingensen, der 2010 nach langer Krebskrankheit, schließlich an Lungenkrebs, verstarb. Ähnlich wie auch Wolfgang Herrenbruch, der auch Krebs hatte, aber nicht an Krebs gestorben ist, sondern sich vor knapp 6 Monaten, am Sonnabendfinal ca. 10, 15 Kilometer von mir entfernt, erschossen hat. Überhaupt, dieser Krebs, das ist ja ein Wahnsinn. Die Wahrscheinlichkeit, ein Bild zu sterben, beträgt tatsächlich 1 zu 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5. 6. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 11. 16. vì 17. 19. 18. 17. 20. 22. Warum bringen sie das nicht? Um Viertel nach acht! Die bringt doch sonst jeden Scheiß! Sogar die Börse! Die kümmern schon mit Türen und Weltkatastrophen wie Kampferwellen! Wir sangen ein Jahr Sommer und lebenslang Zeit! Ich weiß, das ist ja aus Ihnen vorbei. Was bleibt ist, auch lebenslang. Ein Wolkenbruch im Kofferraum. Zeit braucht jetzt Platz. Fallen wir unsere Zeit lang? Die achte Klasse? Fallen wir die Nachbarn nur rum? Ich mochte sie, dein Antinmeier. Das Weltall, ein Platz nur für uns. Ich mochte sie, dein Antinmeier. Das letzte Mal zu uns trafen, sag ich so zu mir. Nichts Elend, denn im Zefra weniger als Weiß, ich schreibe auch noch frei. Ich gehe über die Straßen und tat so, als hab nichts mehr. Da bin ich gut drin. Sie fragt mir, was meinst du? Ist Zufi eigentlich ein Hund? Ist Zufi eigentlich ein Hund? Silke, weißt du die Antwort? Ist Zufi eigentlich ein Hund? Silke, ich glaube, du oder ich, einer von uns, einer von uns, einer von uns ist tot. Aber so ist das nun mal. Unser Leben ist nun mal verwendet und wahrscheinlich größtenteils durch Zufälle bestimmend. Vielleicht soll ich mir auch öfter an die eigene Nase passen. Es wird immer einen Song, einen GIF oder einen Filmauschnitt geben, in welchem man meint, sein eigenes Scheidern rechtfertigen zu können. Und es wird immer irgendwelche Idioten geben, welche man meint, für alles verantwortlich machen zu können. Vielleicht braucht es ja auch die Idioten, damit man selbst überhaupt gut sein könnte. Und vielleicht lernt man ja auch mehr davon, wenn man weiß, was man nicht will. Aber sollte das die Priorität einer Kunsthochschule sein? Weil, auch wenn das Kunsthochschulstudium null so verliegt, wie ich mir erst vorgestellt habe, konnte ich ja jetzt immer wieder diese Performance drüber machen. Denn der ist vielleicht auch nicht nur in das Kunsthochschulstudium liegen, sondern vielleicht auch in etwas ganz anderes. Vielleicht darum, dass sich jeder immer für irgendetwas entscheiden muss, und man sich dann nach langem für oder dagegen dafür oder dagegen entscheidet. Was aber logischerweise nach langem nicht heißt, dass die Entscheidung richtig war. Und vielleicht darüber, dass man, nachdem man sich Jahre über etwas Schicht für Schicht mühsam aufgebaut hat, dass trotzdem durch die Möglichkeit besteht, dass man es nicht einfach so direkt wegwerfen kann. Und vielleicht ging es auch um die Erdbewertigkeit des Todes. Und vielleicht darum, dass viele auch gerne viel weiter werden. Und viele vielleicht sogar selbst gerne jemand anderes werden. Alle Menschen sind am Anfang gut und am Ende wieder und die Zeit der Zwischen damit beschäftigt, eigentlich ein Leben zu führen, das nichts mit ihnen zu tun hat. Irgendwann hat man mal was studiert, eine Ausbildung gemacht oder ist in irgendeinen Job hinein geraten. Und das Angst, einen Neuen zu finden, bleibt man leider kalt. Obwohl die Träume eigentlich ganz anders liegen. So vergeht jedes Jahr und mit jedem Jahr, was vergeht, sinkt die Möglichkeit, dass sich diese einlösen werden. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die meisten Menschen am Ende des Lebens eigentlich gar nicht das bereuen, nicht nur sagen, was sie alles nicht gemacht haben, äh falsch, sondern was sie gemacht haben, sondern viel eher das alles, was sie nicht gemacht haben. Und bis dahin redet man sich dann vielleicht sein Leben zurecht und führt sinnlose Diskussionen. Ja, die in Sochi mit ihren Regenboden abführt. Oder ja, die in den Regenboden abführt. Obwohl die Probleme eigentlich ein ganz anderes Leben sind. Und der eigentliche Wahnsinn ist, ja, dass sich das alles, diese ganzen kleinen Probleme, Kunststudien und der ganze Scheiß, alles in diesem riesigen Universum abspielt, auf diesen winzig kleinen, lassenen, blauen Planeten, auf dem wir wiederum selbst alle winzig kleine, vergängliche, und ähnliche, und mögliche Existenz sind. Das ist hier. Das ist alles. Das ist uns. Auf dem, jeder, den du liebst, jeder, den du kennst, jeder, den du kennst, jeder, den du hörst, jeder, den du hörst, jeder, der Mensch, der, der immer war, lebte ihre Leben aus. Der Erdbeut von unserer Freude und Gefahr. Umsatz. miteinander. Alles. Every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a boat of dust suspended in a zombie. Thank you. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.